Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei The Medium. Und ich sollte mir wirklich eine Sache merken, ja? Ich kann Hellsicht. Ich kann Hellsicht, ja? Wenn ich das benutze, dann wird mir angezeigt, was ich machen kann. So, und jetzt folgendes. Wir haben ja Energie aufgenommen, ne? Hatten wir Energie aufgenommen? Ja, hatten wir. Andere Welt. So, und ich hatte gesagt, wir gehen nochmal nach vorne. So, hier wird das Ding aufgemacht. Oh ja. So, dann gehen wir da hin. Ich gehe aus meinem Körper raus. So, hier machen wir jetzt das da, wie vorher auch. So, dann kommt das Schwomding her, ne? Und dann macht es ja Klick. So, das heißt, irgendwas hat funktioniert. So, und was habe ich nicht geguckt? Hier. Ich gehe nochmal an den Schrank. Wenn ich jetzt meine Hellsicht nehme, tata, was sehen wir da? Ein versteckter Schalter. Schrank ist weg und ich kann einfach reingehen. Leute, was für eine schwere Geburt. Ah, okay. Wir schaffen das. Wir schaffen das. So. Ich habe eine Taschenlampe, was ich übrigens sehr praktisch finde jetzt. Ich speichere, Gott sei Dank. Nee, ich mich auch nicht, du. Bist ja nicht alleine. Ach, guck mal, hier haben wir Fotos. Was ist hier? Funktioniert nicht. Okay. Brauchen wir bestimmt auch wieder Strom oder irgendwas? Was haben wir hier? Fotopapier. Hammer, äh, Taschenlampe. Okay. Hier. Vergiss das Rotlicht nicht. Fünf Sekunden bestrahlen. Drei Sekunden in jede Ablage. Wir hatten bei uns am Anfang, hatten wir eine Übersicht, wie das Ganze funktioniert, ne? Ja. Mal gucken. Was haben wir hier? Ja, das habe ich aber, weiß ich aber jetzt nicht mehr. Hallo? Da kommt das Foto hin. Okay. Was ist das? Habe nichts. Okay. Irgendwas können wir hier bestimmt noch aufnehmen, ne? Hier. Sehe ich doch schon. So, das haben wir. Das ist ein. Zwei mehr zu gehen. Hier? Fixierungstack. Also, ich denke mal, Fixer kommen zum Schluss, um das quasi, das Ganze zu fixieren, dann irgendwie. Stopp. Was auch immer Stopp ist. Noch einen brauchen. Noch eine Flüssigkeit. Was ist das hier? Welche Theatralik. Das übernatürliche Unterdrücken. Ich brauche noch eine Flüssigkeit. Hier. Multigrade. Okay. Das sind sie alle. Your first step to photo development. Okay. Cool. Dann brauchen wir doch bestimmt aber noch ein paar so eine Behälter, oder? Hä? Hope he's not using it as a textbook. Hä? Hammer of witches. Der Hexenhammer. Hier ist eine Wanne. This should come in handy. Ja, nehme ich mit. Sehr gut. Eine brauchen wir, glaube ich, noch. Shit. Sadness? This isn't funny. Oh. Tür zu. Sadness? Sadness. Keep it together, Marianne. Let's see what's in here. Ach du Scheiße. Das hätte ich wahrscheinlich gleich sehen sollen. So, warte mal. Wir haben eine... Ah ne, wir haben zwei Wannen. Okay, eine stelle ich hier noch hin. So. So. So, ich mache hier... Multi-Grade rein. Hier mache ich... Stop rein. Und hier mache ich... Fixiermittel rein. So, wie läuft denn das jetzt? Ich muss das mal noch angucken hier. So. Also. Ich nehme das Blatt Papier... ...und lege es in den Entwickler. Dadurch werden die freigelegten Bereiche des Fotos schwarz. Bereiche, die weniger Licht ausgesetzt waren... ...färben sich grau. Bereiche, die keinem Licht ausgesetzt waren, behalten die Farbe des Papiers. Das Stopp-Bad stoppt den Entwicklungsprozess, die Effekte des Entwicklers und neutralisiert das Fotopapier. Fixiermittel entfernt das Silber auf dem Papier und macht das Bild beständig. Darf ich denn jetzt das Licht auch anmachen? Erst zum Schluss, oder? Ach, das ist zu schnell. Es braucht langere Exposie. Ah, okay. Wie lange muss das... ...drei Sekunden oder irgendwie so, ne? Light, fünf... ...fünf, äh, Dinge? Oh, du hast mein Fenster verloren. Jetzt ist es überflogen. Oh, nein! What? Ach, guck an. Das stand doch irgendwo. Ich bin doof. Warte mal, das stand da irgendwo. Ich mach das da rein. So, pass mal auf. Hier steht nämlich... ...five seconds. Und drei Sekunden in jedem anderen Dings. Bums. Okay. Okay. Gut. Wir testen das nochmal. Also. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Perfekt. Quasi. So, dann machen wir das hier drei Sekunden rein. Ja, ist es doch. Stopp. Ich bin... Oh, ich bin so doof. Ja, wie kann man... Also, sorry, ja? Ich mein, so einfach ist... So schwer ist das ja nur auch nicht, dass ich hier irgendwie... Boah. Eins. Hier. Fünf. Nimm mit. Mach das da rein. Drei Sekunden. Zwei. Drei. Multigrade-Foto. Eins. Zwei. Drei. Ist das gut? Ist das richtig? Ich hasse alles. Was ist... Was stimmt denn mit dir nicht? Eins. Drei. Drei. Vier. Fünf. Gib mir das. Eins. Zwei. Drei. Drei. Multigrade-Foto. Okay. Jetzt hier rein. Was machen wir doch? Warte mal kurz. Stopp. The development process. Stopp. The effect of the... Dieses multigrade-Foto. Time in each tray. Three seconds. Eins. Joa. Eins. Zwei. Drei. Foto aus Wasserbad. Eins. Zwei. Drei. Yes. Läuft bei mir. Sind wir das? Das ist doch Marianne, ne? Oh. Wie von Geisterhand. Nanü. Who's there? Creepy. Also Kinder sind immer sehr gruselig. Irgendwie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Bist du das? Dein Leben, huh? Oh Gott. Das ist Eden. Und der Streif. Und der Streif. Warte. Ist locker. Doth. Doth. Was ist Eden? Doth. 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 Du bist zu spät. Das ist ein Außerirdischer. Ich bin schwierig! Oh Gott! Sie sind außen zu spät. Was ist das? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! in Gefahren. Der Geister wird nicht zur Gänze ausgesetzt. Drücke. Ja, die Geisterwelt. Äh, die, die. Die Geistwelle muss ich machen. Oh Gott. Okay, also ich muss laufen und Geistwelle oder was oder wie oder wo. Ich... Er hat ja irgendwie gespeichert, hoffe ich zumindest. Wait! Don't go! Yeah, der macht doch diese scheiß Geisterwelt. Aber sie macht das ja nicht. Warum? Oben war die... war das Schild? War der Schild und unten war die Geisterwelt. Don't go! Oh Gott! It all ends in me! Hey! Don't go! Oh Gott! Don't leave me! It all ends in me! Okay, also ähm... Sorry, mit Geistwelle und so, ne? Aber das funktioniert tatsächlich nicht. Ob ich das nur drücke oder Peng. Also ich kann laufen. Wait! Don't go! Oh Gott! It all ends in me! Geert nicht! Keine Ahnung! Funktioniert nicht! Sie reagiert halt Null! Ich weiß auch nicht, warum sie mehr stehen bleibt. Ich kann einfach weiterlaufen, oder nicht? Unleybedeweekend! Wait! Don't go! Oh Gott! Don't leave me here! Alone! Naked? Oh fuck! Oh fuck! Let me try you all! Oh Gott! No! Na toll. Ach, Mann. Die Motten der Geisterwelt sind gefährlich. Bekämpfe ich sie mit Geisterstät, indem du RB-Gedruss mitst. Ich hasse Jump'n'Run. Okay, ich muss ja nicht jumpen, aber ich muss runnen und... Okay, ich muss wiederholen. Okay, ich muss wiederholen. Wait, don't go! Oh, God. Don't leave me here. Alone. Naked. Let me try you on. Oh, God. Es funktioniert nicht. Hallo. Ich weiß nicht, warum. Aber RB-RT funktioniert bei mir gerade irgendwie nicht. Ich kann weder die Geisterwelle noch diesen bescheuerten Schild starten. Keine Ahnung. BTF. So. Wusch. Ich konzentriere mich stark auf dieses Spiel. Gut, let's go. Wait. Don't go. Let's laufen. Oh, God. It all ends in me. Ich kriege auch diese doofen Steuerungen hier gerade nicht hin, ne? Oh. Mist. Alter! Okay, entweder, also ich muss mit RT eine Geistwelle machen. Hm, gut. Ja, versuche ich das jetzt einfach mal, ohne einfach nur durch die Gegend zu laufen. Ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke, es macht einfach nichts. Er macht nichts. Er macht nichts. Ich hasse alles. Okay, weiter. Wo soll's laufen? Das läuft da lang, Mann. Das war richtig. Let me try you on. Oh, Gott, no! Go for it. Just not. Oh, Gott. Oh. Okay. 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 Oh Gott, wie ich solche Sequenzen hasse. Okay. Oh Gott. Und nichts funktioniert. Gar nichts. Und wenn du auch nur ein Müh zu langsam bist, hat er dich sofort dieser Flüssigkeit. Ein Versuch noch, dann bin ich durch. Echt. Also ich bin gerade ein bisschen pisst, ne? Geht gar nicht. Warum geht das nicht? Ich habe da keine Geduld für. Mann. Und dann diese Kacksteuerung dazu. Weißt du? Läuft doch zu mir in meine Richtung und ich muss da irgendwo hindrücken. Das ist total behindert, das alles. Weiter. Lauf einfach geradeaus. Don't leave me here. Alone. Naked. Don't leave me here. Let me try you off. Oh Gott, no. No. Oh, 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 oh. Alter. Er hat gerade gespeichert, Leute. Folge beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis übermorgen. Untertitelung des ZDF, 2020